Ich kann jetzt endlich wieder, jeden Tag ins Restaurant. Dort ist jetzt alles etwas anders, denn es gibt jedes Tast. Mit Abstand zu den Kellnern und auch zu den Gast. Ich bestelle nicht ganz viel Essen und habe mein Geld verprasst. Ich hoffe sehr, dass viele Gäste kommen und das der Gewinn still steigt. Und dass mein Lieblingsrestaurant jetzt immer offen bleibt.